Hast du schon versucht, dein ganzes Toe in deinem Mouth zu bekommen? Schau das aus! Ich bin weiblich! Das ist nicht möglich! Komm schon! Gib uns den Juice! Los! Los! Nickelodeon war Teil unserer Kindheit und brachte eine Reihe von unfassbar erfolgreichen Shows hervor, die bis heute Millionen von Menschen begeistern. Drake & Josh, iCarly, Zoey 101, Victorious und viele mehr. All diese Serien haben eins gemeinsam. Sie wurden von Dan Schneider kreiert. Die Dokumentation Quiet on Set enthüllt jetzt allerdings schockierende Details über die Zustände am Set. Kinder und Mitarbeiter wurden sexuell ausgebeutet, missbraucht und gefoltert. Die Doku nimmt ebenfalls Nickelodeon und andere Mitarbeiter ins Visier und untersucht, inwiefern der Sender pädophilen Zugang zu Kindern ermöglicht. Heute konzentrieren wir uns auf Dan Schneider und wie er jahrelang dafür gefeiert wurde, Kinder zu sexualisieren. Willkommen zurück zum OKCHAU-Podcast. Heute sprechen wir über die Doku, die das Internet gerade rockt, die aber keiner in Deutschland gucken kann. Quiet on Set. Wir fassen für euch die Doku zusammen. Das Wichtigste, was dabei so rausgekommen ist. Wir werden aber eine ganze Reihe dazu machen, weil so viel rausgekommen ist. Und wir möchten ja auch ein bisschen schauen, wie sind die Reaktionen auf die einzelnen Vorwürfe von den Darstellern, die es halt auch betrifft. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns in der Folge 1 dieser Reihe nur um Dan Schneider und Nickelodeon konzentrieren und um seinen ekelhaften Humor und wie sich das durch die ganzen 20, 30 Jahre durchzieht. Ich glaube, 20 Jahre seiner Karriere und schauen uns dann am Ende auch nochmal die widerlichsten Szenen an. Ja, und reagieren darauf. Und reagieren darauf. Und wenn ihr wollt, und ihr wollt euch jetzt bestimmte Sachen nur angucken, wir haben in den Kapitelmarken unten markiert, worum es dann geht in den einzelnen Segmenten. Und wenn ihr keine Lust habt, euch zum Beispiel die Biografie von Dan Schneider anzugucken, anzuhören, könnt ihr zu den für euch wichtigen Themen springen. Yes. Quite On Set behandelt offiziell den Aufstieg und Fall von Dan Schneider, der Starproduzent der sämtlichen Nickelodeon-Shows wie zum Beispiel iCarly, Drake & Josh und viele mehr kreierte. Also wir sind alle damit aufgewachsen. In Wahrheit ist meiner Meinung nach die Doku eine Geschichte über erwachsene Menschen und vor allem Männer, die die Psyche unfassbar vieler Kinder auf dem Gewissen haben. Ja. Und die nicht die Kinder beschützt haben. Also Hollywood ist nicht mal in der Lage, erwachsene Menschen zu beschützen. Wie soll es Kinder beschützen? Also es gibt auch diesen einen, jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber es gibt diesen einen ehemaligen Kinderschauspieler, der ja ganz oft darüber gesprochen hat, dass Hollywood den Zugang zu Pädophilen auch sehr einfach macht und dass Kinder nicht sicher sind in dieser Welt. Absolut nicht. Boah, gruselig. Wir haben eine kleine Zusammenfassung für jede Folge der Doku vorbereitet. Es gibt insgesamt vier Folgen, die veröffentlicht wurden. In der ersten Folge geht es so um die Anfänge von Nickelodeon und wie Dan Schneider den Sender veränderte und zu dem machte, was wir eigentlich heute kennen. Und seine ganze Biografie wird aufgerollt. Und dann wird so jede Show, an der er mitgearbeitet hat, untersucht. Und seine erste, wo er dann Schreiberling war, war die Show All That. Und die hat echt viele Stars hervorgebracht. Amanda Bynes, Nick Cannon. Es gab halt ganz viele Spin-Offs noch von der Show. Keenan Thompson, der bei SNL mitmacht. Aber ich glaube, wir kennen am meisten halt Amanda Bynes auf jeden Fall. Und in diesen Shows kam halt super früh schon sein extrem seltsamer Humor zum Vorschein. Wie zum Beispiel auch seine Liebe für Come-Shot-Jokes, wo halt random Sachen in die Gesichter der Kinder gespritzt werden. Oder der Erwachsenen von Kindern und so. Stimmt, genau. Und egal, was man sagt, ich höre schon Stimmen. Ja, aber man muss das ja nicht sexuell sehen. Das ist ja nicht sexuell gemeint. Ja, doch, aber wir blenden Clips ein, beziehungsweise am Ende reagieren wir auf ein paar Sachen. Es ist wirklich widerlich. Und es hat halt auch kein Mensch irgendwie was dazu gesagt, weil sie halt alle Angst hatten, gefeuert zu werden. Es geht in der ersten Folge auch direkt schon um Amanda Bynes und wie Dan sie zum Star machte. Und im Umkehrschluss aber auch, wie Amanda ihn auch wieder zum Star machte. Also die haben sich gegenseitig wirklich supported in ihrer Karriere. Nur Amanda war halt neun, als sie angefangen hat, für ihn zu arbeiten. Auch geht es direkt schon um Frauen in Comedy und wie es ihnen teilweise unmöglich gemacht wurde, erfolgreich zu sein, wenn sie nicht Teil von diesem Männerclub waren und mitgemacht haben bei anzüglichen Witzen und nicht bereit waren, sich selber zu degradieren im Prinzip. Dann Themen, also Sexismus ganz groß, aber auch Anfänge von Rassismus in den Shows. Denn Dan wird auch vorgeworfen, dass er halt weiße Kinder zum Beispiel bevorzugte, stereotypische rassistische Witze schrieb, die dann die schwarzen Kinder ausführen mussten. Und genau. In der zweiten Show geht es um weitere Männer, die halt versuchten, sich wirklich dann an die Kinder ranzumachen. Und auch um die Beziehung zwischen Amanda Bynes und Dan Schneider und auch deren Ende der Beziehung. Weiter geht es dann um Rassismus am Set von Nickelodeon Shows, wird dann weiter untersucht. Und wie aber auch Dan die Kinder vor laufender Kamera auch gequält hat. So Dschungelcamp-mäßig. Genau. Also die hatten als Beispiel Vierfaktor angebracht. Wir haben so Shows gar nicht. Ich erinnere mich. Wo Leute wirklich, also Vierfaktor ist, wo erwachsene Menschen so richtig ekelhafte Sachen machen müssen. Und halt auch Sachen machen müssen, die ihnen Angst machen. Und nur die haben das dann quasi für Kinder gemacht. Also richtig seltsames Konzept. Und die haben dann auch so Sachen gemacht wie, da wurde einer mit Erdnussbutter beschmiert. Und dann sind Hunde gekommen und hat das dann abgeleckt. Auch ein Skorpion, den man in den Mund nehmen musste und so. So richtig, richtig weird. Und in der dritten Folge geht es dann halt mehr um Drake und Josh. Vor allem ist der Fokus auf Drake Bell. Denn wir erfahren, dass er jahrelang missbraucht wurde. Zwar nicht von Dan Schneider selbst, sondern von einem anderen Darsteller, der unter anderem auch so Voice-Overs gemacht hat und alles mögliche. Der Täter heißt Brian Peck. Er hat aber keine, er ist nicht mit Josh Peck verwandt. Achso, ja. Die haben die selben Nachnamen, viele haben das nämlich auch gedacht. Allerdings geht es halt auch darum, wie Dan Schneider unter anderem und die ganze Show dafür gesorgt hat, dass überhaupt Pidophile den Zugang zu diesen Kindern auch hatten. Nämlich nicht der einzige Pidophile bei Nickelodeon. Da werden wir auf jeden Fall, wer gehst du eigentlich drauf ein? Nicht in der Folge. Nicht in der Folge. Wir werden auf jeden Fall noch drauf eingehen, wenn wir uns die einzelnen Shows angucken. Genau. Und in der vierten Folge geht es dann halt weiter um Drake Bell und Drake und Josh. Zoe 101 wird dann auch da thematisiert. Und wie Dan Schneiders Macht nun wuchs, als er iCarly zum Beispiel kreierte. Weil es war ja mega, mega Hit. Und es geht dann aber auch um das Ende von Dan Schneider, was mit den Kinderstars passiert, wie deren Karriere verlaufen ist, dass sie am Ende letztendlich vorbei war, sie auch keine Möglichkeit mehr hatten zu arbeiten. Und dass halt auch Dinge wie Alkoholismus die Kinderstars dann im Erwachsenenalter im Griff hatte. Und dann geht es dann halt am Ende darum, dass ein Appell an die Filmindustrie gemacht wird, dass Kinder geschützt werden müssen. Und es werden auch immer wieder so Dinge eingeblendet, so Statements von Nickelodeon eingeblendet, dass sie halt alles dafür tun, dass sowas halt nicht mehr passiert. Wo ich mir denke, ja, ach, das ist das Mindeste. Dann wollen wir erstmal über die Reaktionen sprechen. Wer hat sich alles gemeldet zur Doku? Natürlich Dan Schneider selbst. Der hatte die Audacity, ein eigenes Interview quasi zu scripten im Prinzip und es dann an sämtliche Nachrichtensender zu schicken und das so als einziges Interview auch darzustellen. Ich glaube, also ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass er andere Interviews wahrnimmt, weil dann müsste er sich nämlich tatsächlich krassen Reportern stellen, die ihn dann auch grillen. Das Interview führte Bobby Bowman, a.k.a. Boogie, a.k.a. aus iCarly kennt man den, Thiebaud. Er hat also quasi selbst für Dan gearbeitet. Im Interview sagte Dan Schneider, dass er die Doku selbst geschaut hat, dass es für ihn hart war, sich diesen Dingen zu stellen. Das allerdings alles in der Vergangenheit liegt. Eines der Vorwürfe in der Doku war es, dass Dan andere Frauen, also vor allem Frauen dazu nötigte, ihm eine Massage zu geben fast täglich. Dazu äußerte sie sich auch und sagte, dass das heutzutage natürlich nicht mehr geht und dass er auch allen sieht, dass das nicht in Ordnung war. Ich finde es immer witzig, diese Leute sagen, heutzutage geht das nicht mehr. Bruder, das ging nie. Das ging nie. Verstehst du das Problem oder ist es einfach nur, wenn ich das heutzutage mache, kriege ich mächtig Ärger dafür? Das frage ich mich immer, wenn die so Dinge formulieren. Genau, das ist das, was er eigentlich im Prinzip sagt. Aber er sagt halt so, ja, er wird das halt nicht machen. Er schuldet halt auch diesen Menschen dann auch eine Riesenentschuldigung. Wo ich mir auch denke, ja, aber das hättest du halt vor Jahren tun können. Deine Karriere ist seit 2018 vorbei, aufgrund dieser Vorwürfe. Ja, und jetzt meldet er sich. Genau richtig, als er halt nicht mehr konnte. Und mit 2018 ist es jetzt schon sechs Jahre her. Weiter sagt Dan, dass er versteht, dass es in Writers Room halt echt auf derbe zugeht. Das weiß man eigentlich auch, also ich höre mir regelmäßig irgendwelche Audiobooks an von hier, meine Lieblingsfrau, wie heißt sie nochmal? Amy Schumann? Tina Fey. Achso, mhm. Wie heißt sie? Amy Poehler. Von denen habe ich halt auch oft gehört, wie der bis halt auch dazugehen kann. Aber das Problem ist, dass er da mitgemacht hat. Und das, ja, das ist halt für ihn jetzt ersichtlich, dass das nicht in Ordnung war. Ja, in der Doku wird aber eigentlich darüber berichtet, wie er sämtliche Leute einfach mit seinem Humor gefoltert hat, die er dazu gezwungen hat, gewisse Sachen irgendwie im Writers Room rumzuschreien, die sie halt selber eigentlich angreifen. Es war halt richtig schlimm, was da abging. Insgesamt behandelt er aber alle Vorwürfe super oberflächlich, spricht halt alles herunter. Also wenn man sich nur das Interview anguckt, denkt man, da sitzt ein Mann, der halt früher halt diese typischen sexistischen Sachen gemacht hat, die halt in Ordnung waren und die man heute halt nicht mal so machen würde und er entschuldigt sich dafür. Ja, schauen wir mal, was ich euch gleich erzählen werde. Genau, richtig. Er sagt dann halt auch die ganze Zeit, dass er versteht, dass er was falsch gemacht hat und dass er heutzutage nicht mehr so wäre. Und wenn man mit ihm zusammenarbeiten würde, dann wäre er auch immer offen für Kritik. Er würde halt auch verstehen, dass sich der Humor verändert hat, dass die Linse halt anders ist und dass er kein Problem hat, Witze zu streichen, wenn die über die Gürtellinie gehen, wenn das nicht in Ordnung wäre, dass Kinder das machen und dass er aber auch damals schon so gewesen wäre. Hätten Leute halt was gesagt, dann hätte er es auch gestrichen. Genau, hätte Nickelodeon was getan, hätte er sofort damit aufgehört. Nee, nicht nur Nickelodeon, sondern alle Mitarbeiter. Genau, das wäre ja gar kein Problem. Und er sagt dann halt auch im Interview so, ja, er hat ja auch gar nicht die Macht gehabt, all diese Dinge durchzusetzen. Er hat ja nur seine eine Mitarbeiterin bedroht, als sie sich bei der Riders Guild gemeldet hat, damit sie mehr Geld verlangt. Genau, richtig. Nachts gemeldet, ja. Genau. Wir teasern gerade viele Dinge an, die Maria gleich noch tiefer eingehen wird. Dann zu dem Thema Rassismus. Er sagt halt, er wurde doch dafür von Nickelodeon, von dieser Preisverleihung, doch auch sogar für Diversity geehrt. Und er hat sich auch das so auf die Stirn geschrieben, dass er doch derjenige ist, der doch allen die Möglichkeit hat, so Diversity zu zeigen und bla bla bla. Und das würde halt nicht stimmen. Der Moderator ist übrigens schwarz, der dann halt sagt, ja, ich möchte jetzt von niemandem sprechen, aber meine Erfahrung war halt, dass du nicht rassistisch bist. Ja, okay. Also eigentlich, ja. Das einzige Mal, wo er Emotionen zeigt, also wo Dan Emotionen zeigt und auch wirklich ein paar Tränen hat, die ich ihm nicht abkaufe, aber er zeigt sie, war es, als sie über Drake Bell gesprochen haben. Weil er war, das hört man in der Doku, derjenige, der Drake supported hat und so. Später, als es dann zu spät war und Drake aber auch selber gesagt hat, dass Dan Schneider derjenige war, der auch alles immer wusste und so. Es ging ihm auch sehr nah, aber man sieht dann im Interview auch, wie schnell seine Laune sich wechselt und er auf einmal keine Tränen mehr im Auge hat. Okay. Genau, Social Media dreht halt voll am Rat seit dem Interview. Kein Mensch nimmt ihm irgendwas ab, sie sehen ganz klar, dass die ganze Sache gescriptet wurde, verstehen auch nicht, wie jemand, der für Dan Schneider gearbeitet hat, der selber schwarz ist, der selber auch vieles wahrscheinlich auch gesehen hat, ihn supporten kann und warum er derjenige war, der überhaupt ein Interview führte. Er ist Schauspieler, der hat keinen eigenen Podcast, tat aber in dem Interview irgendwie gefühlt, so als ob er eine eigene Show hätte und es ist halt super weird. Also jetzt gibt es Reaktionen von anderen Darstellern. Josh Peck zum Beispiel, Er spielte an der Seite von Drake Bell in der Show Drake & Josh und spielte halt Josh. Ja. Er veröffentlichte zu einem denkbar dummen Zeitpunkt einen TikTok und zwar wirklich zur selben Zeit, wo die Folge rauskam, wo Drake Bell derjenige war, der halt missbraucht wurde. Okay. nämlich geheim eine ganze Zeit lang veröffentlichte er einen TikTok, wo der sagt, dass Leute, mit denen er vor 2023 nicht mehr gesprochen hat, für ihn nicht mehr existieren. Okay. Und es gibt halt Beef zwischen, also es gab kein Beef zwischen Jack & Josh, aber viele dachten, die waren halt Freunde. Ja. Stellte sich heraus, sie waren halt keine Freunde. Drake, Josh hatte ihn ja auch nicht zu seiner Hochzeit eingeladen vor ein paar Jahren. Stimmt, da war ja was. Josh hatte allerdings Dan Schneider zu seiner Hochzeit eingeladen. Ah. Das verstehe ich halt nicht. und Social Media ging halt voll, voll ab und sagten so, ey, warum postest du so einen TikTok? Er hat sich daraufhin entschuldigt und meinte halt so, ne, ne, das hat halt gar nichts mit Drake zu tun und er gab halt folgendes Statement ab. Ich habe privat mit Drake gesprochen, aber ich möchte nochmal öffentlich meine Unterstützung für die Überlebenden, die mutig genug waren, ihre Geschichte zu teilen, zeigen. Kinder müssen beschützt werden. Die ganze Sache öffentlich noch einmal zu durchleben ist schwer, aber ich hoffe, dass es den Opfern und deren Familie Heilung bringt und es eine notwendige Veränderung in unsere Industrie bringt. Drake hat Josh auch nochmal in einem TikTok- oder Instagram-Story nochmal in Schutz genommen und gesagt, ne, er hat auf jeden Fall nochmal mit mir privat gesprochen, bitte greift ihn nicht mehr an. Okay. Dann haben wir Alexa Nicholas, die kam auch selber in der Doku mehrmals vor, hat auch schon immer öffentlich über die Zustände am Set von Zoe 101 gesprochen und sie hat in ihrer eigenen YouTube-Show Eat Predators, voll der geile Name übrigens, auf das Interview von Dan Schneider nochmal reagiert und das Video ist ein bisschen schwer anzugucken, wenn man sich nur das Interview angucken möchte, weil sie alle 30 Sekunden anhält und einfach nur losschreit und wütend ist. Verstehe ich aber auch. Dann haben wir bei TikTok, ne, so wurden uns immer wieder Sachen zugespielt und wir haben einen Helden gefunden in der ganzen Sache. Jerry Trainor. Er spielte den großen Bruder von Carly in der Serie iCarly und zwar Spencer und seine erste Reaktion nach der Doku soll gewesen sein, dass er Nickelodeon oder Carly auf Instagram entfolgte und er soll auch jegliche Zusammenarbeit mit dem Sender abgebrochen haben. Er hat nämlich fast für insgesamt drei Shows war der ja Star und sogar eine vierte Show war, die vierte war irgendwie nicht so erfolgreich. Das brachte allerdings eine Jüser nachzuschauen, so welche Rolle er denn überhaupt spielte, weil er war halt ein Erwachsener am Set. Genau. Und ich hatte kurz Schiss, ist so scheiße, hat er jetzt auch Sachen gemacht? Nein, hat er nicht. Er war ein großer Bruder in der Show und außerhalb der Show. Er supportete die Kinder am Set, war auch die ganze Zeit da, auch wenn er nicht gearbeitet hat, war er trotzdem da und im Nachhinein wird das so interpretiert, als ob er die Kinder wirklich immer beschützt hat. Und das sieht man auch, wenn man sich Fotos anschaut, so Fotoshootings oder so am roten Teppich, wo Dan Schneider mit den Kindern posierte, ist er immer in der Mitte, irgendwie zwischen den Kindern, wirft sich fast schon auf Dan Schneider drauf. Und jetzt im Nachhinein denkt man sich schon so, ja okay, der hat halt versucht, den Abstand halt zu den Kindern halt zu wahren. Und es gibt auch noch so Aufnahmen am Set. Also Dan Schneider hatte irgendwie die Angewohnheit, irgendwie immer so zu filmen, irgendwelche Aufnahmen zu machen, wo der irgendwie wirklich die Kamera ins Gesicht von Carly zum Beispiel so steckte. Da schreckt die und der macht ganz komische Dinge einfach. Richtig komische Dinge und Spencer, also Jerry, versucht dann irgendwie noch dazwischen zu gehen und es gibt auch eins, eine Aufnahme, wo er ihn quasi anschreit, aber halt auf Witz, so go home, let us go home, Dan. Also lass uns nach Hause gehen, Dan. Ähm, genau. Und schon vor der Doku supported er zum Beispiel halt auch Jeanette McCurdy, die auch bei Carly mitspielte, als sie ihr Buch I'm Glad My Mom Died veröffentlichte und postete dann halt auch öffentlich. Und sie schrieb auch in ihrem Buch, dass Jerry alle Leute wie Familie behandelt hat und alles tat, um sie zu beschützen. Dann haben wir auch eine richtig dumme Reaktion. Ja, das wollte ich auch wissen, was da abging. Nettes ultimativen Schulwahnsinn habe ich voll gerne geguckt. Voll. War aber wohl nicht unbedingt die erfolgreichste Show, keine Ahnung. Ah, okay. Und es gibt auch einen richtig weirden Rewatch-Podcast von dieser Show. Und dieser Rewatch-Podcast wird von Nettes selbst, also Devin Werkheiser, Maus, Lindsay Shaw und Daniel Curtis Lee, den der Simon verkörpert, geführt. Sie wurden in einem TikTok live von so Kommentatoren gefragt, was sie denn von der Doku halten. Und Ned antwortete, Daniel, wir haben dir gesagt, dass du niemals darüber reden sollst. Geh zurück in dein Loch, Daniel, und gib uns deine Löcher. Hä? Ich habe gar nichts verstanden. Okay. Das sollte halt auch so ein anzüglicher Witz sein. Give us your holes. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden. Wenn ihr so verstanden habt, was er meint, ich habe versucht, es rauszufinden. Er hat sich halt einfach dumm dargestellt und hat dann aber auch dann gesagt, hat halt gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut ankam, der Witz. Irgendwie auch bei den Leuten bei sich im Raum. Und dann meinte er so, ja, das war ganz schlimm, was da passiert ist. Und die ganzen Vorwürfe und grauenvoll, dass bei denen am Set das aber nicht so war. Und genau, dass man ja mit Humor irgendwie versucht, Dinge zu bearbeiten. Okay. Und hat er sich dafür entschuldigt. So. Aber die Leute fanden es halt trotzdem grauenvoll. Der hat sich dann halt auch in dem Rewatch-Podcast, in der darauffolgenden Folge auch nochmal verteidigt und meinte halt so, ja, das war auf jeden Fall Scheiß, was er gemacht hat, aber er wusste halt, er hat die Doku zu dem Zeitpunkt nicht geschaut gehabt. Er hat sie jetzt geschaut und weiß jetzt den Ausmaß der Dinge. Wobei es diese Gerüchte halt schon lange gab, also der wusste ganz genau, was abging. Genau, keiner nimmt ihm das ab. Überhaupt ist dieser Rewatch-Podcast, wie ich ja schon gesagt habe, super cringy einfach. Ja. Die reden die ganze Zeit über Sex. Ach so. Als sie Teenager waren. Ach so. Weil hier, Darren heißt der, oder auf jeden Fall Ned und Moss waren halt in Wirklichkeit auch zusammen. Ach so. Und dann gab es auch eine Folge, wo der dann darüber spricht, wie sie ihm einen Blowjob gegeben haben, der schlecht war. Und die machen eh die ganze Zeit dumme Witze. Ist ein richtig schlechter Rewatch-Podcast. Oh mein Gott. Okay. Und alle sagen, dieser Podcast hat die Serie für sie halt ruiniert. Ah nein. Okay, krass. Genau. Und dann Amanda Bynes wollte sich zu der ganzen Sache nicht äußern. Kann ich auch verstehen. Die will Abstand gewinnen. Die hat gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Die hatte ja damals eine Reihe von Tweets ja veröffentlicht, die auch so ein bisschen. Da gehen wir extra nochmal drauf ein. Aber auch dazu einen eigenen eigenen Deep Dive dazu. Ja. Stand heute, beziehungsweise der rechtliche Stand der Dinge, solange der nicht rechtlich belangt wird, wird es halt auch nichts geben. Nickelodeon feuerte ihn ja 2018 und arbeitet seitdem nicht wirklich. Angeblich soll es aber eine fünfte Folge geben von dieser Doku, die irgendwann mal im April veröffentlicht werden soll. Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Serie Victorious noch eine Rolle spielt. Ich glaube aber auch nicht, dass zum Beispiel wir Ariana Grande sehen werden. Nee, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht Victoria Justice. Hui. So, dann einmal der Faktencheck Nickelodeon. Was wir wissen müssen. Der Sender begann im Dezember 1977 unter dem Namen Pinwheel sein Programm regional auszustrahlen. Zwei Jahre später konnte dann das Fernsehprogramm in den USA landesweit empfangen werden und wurde dann in Nickelodeon umbenannt. Den Durchbruch hatte der Sender aber erst in den 90er Jahren. Genau da begannen sie auch eigene Inhalte zu produzieren. Sie produzierten Zeichentrickserien, Shows für Kinder und Realfilmserien wie Zoe 101, Dragon Josh, The Amanda Show, Victorious. Die 90er Jahre gelten aber auch als goldene Jahre Nickelodeons. Die Sendungen waren chaotisch, spannend, aufregend. Es ging nicht ums Erziehen und Belehren, sondern einfach Spaß haben, unterhalten werden. Viele schreiben, dass es sich angefühlt habe, als ob Kinder an den Inhalten beteiligt waren. Sie waren einfach authentisch und vielfältig. 2004 war Nickelodeon ein 10 Billion plus Powerhouse. Also da gibt es Kohle. Was bedeutet das aber jetzt für die Realität? Wir haben Inhalte, die für Kinder produziert werden, wofür man natürlich echte Kinder braucht, die vor der Kamera stehen und eben diese Inhalte produzieren. In unserem letzten Deep Drive, über die Jindaui sprachen wir über das Thema Kinderarbeit in der Unterhaltungsbranche und über die Gesetzeslage in den USA und ich habe mich da nochmal ein bisschen reingewuselt und es ist ein bisschen schwierig. In Kalifornien gibt es seit 1939 den Coogan Act, der das finanzielle Wohlergehen des Kindes schützt. Einen bundesweiten gesetzlichen Schutz der KinderdarstellerInnen gibt es aber nicht. Was es aber gibt, den Fair Labor Standards Act, der 1938 verabschiedet wurde. Ausgenommen ist aber die Unterhaltungsbranche. Das heißt, jedem Staat ist es selbst überlassen, welche Kinderarbeitsgesetze es zulässt. Warum ist es so schwer, Gesetze für Kinderarbeit einzustellen? Informationen über die 90er Jahre zu finden, war ein bisschen schwierig. Was ich aber finden konnte, war so ein Aufsatz, in dem so ganz grob die Gesetzeslage beschrieben wird. Deutlich wird aber, dass 1992 erstmal strengere Gesetze zum Schutz von Kindern eingeführt werden. Die werden nicht wirklich genannt. Es gibt da so ein Beispiel, dass Kinder, die sechs Stunden arbeiten, ein Anrecht auf 30 Minuten Pause haben. War bei mir bei Subway auch so. Ja. 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 So. Aktuell gilt für Kalifornien und New York folgendes. Ein Kleinkind unter sechs Monaten darf nur zwei Stunden am Tag am Set sein und nur 20 Minuten arbeiten. Leute, ein Kleinkind unter sechs Monaten. Ein Kind zwischen sechs und acht Jahren darf acht Stunden am Set sein. Davon muss er aber vier Stunden arbeiten und vier Stunden zur Schule gehen. Es herrscht Schulpflicht und der Lehrer wacht auch über das Wohlergehen des Kindes am Set. Deswegen haben die doch immer Zwillinge genommen, wie bei hier. Ja, stimmt. Damit die, ja, 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 Die Olsen Twins zum Beispiel. Ja, 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 ja. Full House. Big House würde ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, dieser Lehrer muss den Kindern ständig beiseite stehen. Insgesamt müssen allen Kindern unter 16 Jahren ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter in Sicht und Hörweite zur Seite stehen. So, ein kleines Foreshadowing meinerseits in einer Welt, der eine Handvoll sehr mächtiger Menschen darüber entscheiden darf, wer seine Träume als Schauspieler in Autoren, Regisseurin etc. erfüllen kann. Und wo es auch um eine Menge Geld geht, kann ganz schön viel Scheiße passieren. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Machtgefälle. die daraus resultieren und die sehr viel Einfluss auf das Leben dieser Menschen haben, die halt in dieser Abhängigkeit stehen. Das wird auch Einfluss darüber haben, welches Umfeld am Set geschaffen wird, wie die Kinder behandelt werden und was die Kinder für wirklich seltsame und obszöne Dinge vor der Kamera tun müssen. Und damit sprechen wir jetzt erstmal über Dan Schneider. Schneider ist Produzent, Screenwriter und Schauspieler für US-amerikanisches Fernsehen. Er hat zwischen 1994 und 2018 zahlreiche Sendungen für Nickelodeon produziert und kreiert. 2018 wird dann das Jahr sein, wo er gefeuert wird, weil eine Untersuchung ergab, dass er KollegInnen beschimpft habe. Er selbst begann seine Karriere in Hollywood als Schauspieler. 1994 entscheidet er sich dann aber mehr zu schreiben und weniger zu Schauspielern. Er hat dann seinen Durchbruch als Autor und Produzent für die Show All That, die zwischen 1994 und 2005 lief. Das ist so eine Sketch-Comedy-Show für Kinder. Die gab es so bisher auch nicht, deswegen war sie auch so erfolgreich. All That war revolutionär, weil es auch erstmals nicht nur weiße Kinder in der Show hatte. Thema Diversity und Rassismus-Vorwürfe. Es gab zwar schwarze Kinder am Set, aber die wurden nicht wirklich gut behandelt. Danach schrieb und produzierte er Spin-Offs Canon & Cal, The Amanda Show, über die wir gleich reden werden und The Nick Cannon Show. Dabei blieb es nicht, er war in den Serien Dragon Josh, Zoy 101, I, Carly, Victorious und noch viele mehr beteiligt. Denn Schneider hatte folglich eine Menge Einfluss und konnte dich zum Star machen. Er hat darüber entschieden, ob du bleibst oder ob du gehst. Er hatte aber nicht nur Einfluss darauf, wer ein Star werden konnte, sondern wer auch für ihn arbeiten durfte. Und mit diesen Sendungen schaffte er halt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das machte ihn halt so mächtig und einflussreich, weil er derjenige war, der so aus Scheiße Gold machte. Er hat Nickelodeon nach vorne gebracht. Und wenn du berühmt werden wolltest, dann war Dan Schneider deine Anlaufstelle. Er war nach außen hin dafür bekannt, super witzig zu sein und goofy und einfach ein lieber Kerl. Er pflegte auch immer sehr engen Kontakt zu den KinderschauspielerInnen und ihm waren auch die Meinungen dieser Kinder immer sehr wichtig. In der Doku wird seine besonders intime Beziehung zu Amanda Bynes gezeigt. Die beiden verbringen immer sehr, sehr viel Zeit miteinander und einer der ehemaligen Kinderschauspieler meinte, auch Amanda kam immer weniger und weniger zur Schule und verbrachte immer mehr Zeit alleine mit ihm in seinem Büro, weil sie halt an der Amanda-Show mit ihm schrieb. Fuck, wie kann man ein Kind alleine lassen? Überhaupt! Auf Amanda werden wir bald eingehen. Wir müssen aber jetzt einmal über Schneiders Humor sprechen, der halt sehr wichtig ist, um zu verstehen, was abgeht. Er hat einen ziemlich widerlichen, perversen, obszönen Humor. Es gibt keine Grenzen. Das Problem ist klar, der kann ihn halt gerne haben, aber in einem Umfeld voller Kinder ist das sehr problematisch. Besonders deutlich wird das anhand zwei ehemaliger AutorInnen, die ihn auch verklagt haben. So, 2020 wird erstmals über eine Klage berichtet, die gegen Dan Schneider beziehungsweise der Produktionsfirma der Amanda Show im Jahr 2000 lief. Das sind Jenny Kilgen und Christy Stratton, die als AutorInnen für der Amanda Show arbeiteten. Schneider machte ihnen von vornherein klar, ihr seid nichts wert und vergesst das mit euren zickigen Attitüden, weil Frauen sind, Frauen, die anstrengend sind, die können sich direkt verpissen. Die mussten sich das Vollzeitgehalt eines männlichen Kollegen teilen, denn mehr Budget gab es für die beiden nicht. So Schneider. Ja, und die hatten ja auch keine andere Wahl, weil es gab halt auch keine Jobs für sie. Der Humor, von dem wir jetzt auch gerade gesprochen haben, der floss dann nicht nur in die Inhalte rein, sondern auch ins Arbeitsleben. Und es ist so eine Strategie solcher Leute, auf witzige Art und Weise Leute dazu zu bekommen, etwas zu tun, um sie dann zu erniedrigen oder halt Dinge zu sagen, um diese Leute zu erniedrigen. Und dann, wenn man mit Vorwürfen konfrontiert wird, zu sagen, aber das war doch nur ein Witz. Kannst du keinen Witz verstehen? So. Jenny erzählte zum Beispiel, dass er den Mitarbeitenden immer Mails schickte, mit so Wörtern, die die laut schreien mussten. Und das war, und dann hat er ihr ständig so Mails geschickt, sowas wie Schlampe. Und ich bin ein Idiot. Und die musste das richtig laut schreien. Und die anderen haben halt darüber gelacht dann. Ja. Mit Christy schloss er auch eine Wette ab, in der sie zwei Pakete Eis in nur kurzer Zeit aufessen musste. Ja, so 30 Minuten. Genau. 30 Sekunden. War das nicht super kurz, glaube ich? Eine Minute, irgendwie sowas. Auf jeden Fall so ein Liter Eis oder so. Bis sie kotzen musste. Jetzt wird es richtig verstörend. Christy wollte ein Highschool-Sketch präsentieren und er meinte so, boah, wäre das nicht witzig, wenn du dich jetzt über den Tisch hier beugst? Also ihr müsst euch vorstellen, sitzen alle in diesem AutorInnen, also die Autoren, das sind ja nur Männer, die da sitzen. Wäre es nicht witzig, wenn du dich jetzt über den Tisch beugst und so tust, als ob du anal penetriert wirst und dann erzählst du mir den Sketch und ihre Kollegin, ihre einzige Kollegin meinte, das war das Schlimmste, was sie je erlebt hat, also wie jemand mit einer Frau im Arbeitsumfeld umgegangen ist. Und er so, komm, mach, 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 das wäre witzig, komm, mach, mach, mach. Er hat nicht aufgehört, bis Christy das dann gemacht hat und als sie gefragt wurde, wie ging es ihr damit, war sie so, ich will darüber nicht reden, das ist schrecklich gewesen. Er ließ auf der Arbeit Pornos laufen, setzte Christy und Jenny unter Druck, ihn halt währenddessen auch zu massieren. Dieser Humor lässt er dann auch direkt in die Kinderserien einfließen, zur Amanda-Show. Es gibt ein alter Ego von Amanda, damals war sie 13 Jahre alt, Penelope Taint. Dem AutorInnen-Team erklärte er, dass Taint der Bereich zwischen Penis und Anus ist, aber das bitte ein Geheimnis bleiben soll. Und er setzte das dann auch so durch, als die Leute ihn nämlich fragten, also Nickelodeon-Mitarbeiter waren die so, ist das nicht irgendwie, der so, nein, 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 was denkt ihr denn bitte, überhaupt nicht. Das hat gar nichts mit diesem intimen Bereich zu tun. Ja, und Kinder dachten eigentlich, dass sie Penelope Tate heißt, haben sie es noch nicht mal verstanden. Und das, das war ja das, was er immer so witzig fand. Witze, die Kinder so über den Kopf fliegen und die keine Ahnung haben, warum das witzig ist. Auch das sind Kinder. Und das fand er dann witzig. Ja, ja. Wie krank ist das? Ja. In All That spielte Leon Frierson den Superhelden Noseboy. Und er musste einen hautengen Anzug mit großen Nasen auf den Schultern tragen, die wie Penisse aussahen. In einer Szene gibt es dann auch einen Kampshot, wo der, wo Noseboy, der halt ein Kind war, eine Frau ins Gesicht niest. Und dann siehst du halt nur die Frau mit Rotze, die ihrem Gesicht runterläuft. So weiße Glibberflüssigkeit. Ja. Egal, wie man es dreht und wendet, es sieht super weird aus. Ja. Und wenn man vor allem weiß, wie Dan Steider, der das kreiert hat, drauf ist, ist das so what the fuck. Ja. All das passiert hinter den Witzen und genau das ist ja das Problem, er instrumentalisiert das, versteckt sich dahinter und kommt dann mit davon, weil es doch nur ein Joke war und das ist doch jetzt deine Interpretation. Jenny beschwerte sich dann irgendwann auch bei der Writers Guild, das Ganze ging nach hinten los wegen des Gehalts und er erpresste sie dann. Also wenn du es gemacht hast, wenn ich herausfinde, dass du das warst, dann wirst du nie wieder Fuß fassen. Irgendwann platzt ihr der Kragen, sie kündigt und verklagt ihn dann. Sie bekommt dann auch Geld dafür, aber fast nie wieder Fuß in der Unterhaltungsbranche. Das war es mit ihrer Karriere. Auch hier, warte, genau, auch hier wird bald deutlich, dass sich sein Verhalten nicht nur auf Jenny und Christy beschränkte, sondern auch viele weitere Mitarbeiterinnen in der Crew und Cast. Darüber hinaus werden sehr viele in der Dokumentation sagen, dass Schneider unberechenbar launisch, tyrannisch war und sie alle Angst vor ihm hatten. Ja, dann habe ich ein paar Clips mitgebracht, auf die wir reagieren können. Auch ein paar, die ich wirklich noch nie gesehen habe. Wir sehen hier einen Clip von der Show Henry Danger aus dem Jahr 2014. Also relativ neu. Vier Jahre vor seinem Ende. Vor seinem Ende, genau. und ich kenne die Show gar nicht und wir sehen, dass da Kinder sind, die auf Stühlen sitzen, die vibrieren und die sagen, beziehungsweise ein Kind, ein Erwachsener oder sie aus dem Kind und sagt, oh, das vibriert, das fühlt sich schön an. Dann gibt es ein Clip, wo ein junger Typ auf der Couch sitzt mit den Beinen so auf dem Schoß von einem anderen ausgewachsenen Mann, der seine Füße sauber macht. Und generell, gibt es da mehrere Clips gerade mit Füßen. Also es gibt dann halt so ein Gerücht, dass Dan Schneider halt auf jeden Fall so eine Fixierung auf Füße hat. Und da immer wieder Witze mit Füßen, wo Flüssigkeit drauf ist, wo jemand, die drauf gemacht wird, jemand die Füße massiert oder sowas. Das sind halt genau Jokes, die vor allem Erwachsene verstehen. Die machen ja auch oft so Wortspiele und sowas. Das heißt, die Kinder verstehen gar nicht, was abgeht und werden halt einfach sexualisiert. Und das ist, finde ich, noch relativ harmlos, muss ich sagen. Genau, weil jetzt kommt halt das, wovon wir schon öfter gesprochen haben. Teilweise kannte ich die Clips schon, jetzt ist es mit Ariana Grande. Oh Gott. Und das sind so Szenen von, das ist so eine Art Spin-Off, das wurde irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das damals ausgestrahlt wurde, aber man kann sich diese einzelnen Clips halt angucken. The Slap heißt das. Ich glaube, das ist Arianas eigene Web-Show innerhalb der Serie gewesen und da sieht man halt eine Reihe von Szenen, wie Ariana so auf dem Bett liegt mit dem Kopf, also quasi über der Bettkante und sie sich selber so Wasser hier überall hinspritzt und so. Und dann so, auch so komische Geräusche. es gibt sonst irgendwelche Compilations irgendwann. Dann auch ein Clip, wo sie so eine Kartoffel irgendwie so mit beiden Händen fest halt und so zudrückt und dann darauf wartet, bis da Flüssigkeit rauskommt. Genau, sie sagt auch so, ich möchte, dass die Flüssigkeit, der Juice jetzt rauskommt und dann macht sie halt so Bewegungen, so Handbewegungen, ne? So, ja, und macht die Augen zu und, oh Gott, ist das schrecklich, sich das anzugucken. Oh Gott. Und dann gibt's dann so Filmaufnahmen, wie Dan halt irgendwie überall hin rumgelaufen ist und die Kinder gefilmt hat und Ariana möchte das halt nicht und sagt das dann halt auch öfter und, oh, wird das auf YouTube sein? Und, wehe, das ist auf YouTube, bla, bla, bla. Und man merkt, dass die Kinder einfach sich nicht trauen, ihm irgendwas zu sagen oder die Teenies. Und dann gibt's eine Szene bei Drake & Josh, gut, das ist halt Ansichtssache, weil es sind halt beides Teenies und ein bisschen älter und das sind aber halt Brüder, Jack & Josh, ne? Das sind Brüder. Megan kommt halt rein und muss dabei ansehen, wie die beiden sich halt auf den Mund küssen, weil Josh sich so sehr drüber freut, dass er ihm Konzerttickets besorgt hat und Megan macht dann halt ein Bild davon, um ihn zu erpressen. Und es ist halt eh, ich fand aber eh Megan auch ein bisschen übertrieben, oder? Megan? Ja, ja. Megan, so hieß die doch in der Serie. Ach so, ja, ja. Die war so ein Evil Girl. Ich mochte sie richtig gerne. Ja, ja, aber wenn man denkt, also Bild denkt, dass sie so jung war und diese ganzen Witze gemacht hat, ich fand das schon ein bisschen krass. Ist schon krass auf alle Fälle. Die Serie war ja auch echt transfeindlich, ne? War die? Ja, ja, ja. Es gibt ganz viele Szenen, wo man über Männer in Frauenkleidung redet und wie ekelhaft das ist und so. Also ganz seltsam, viele seltsame Momente. Ach, interesting. Okay, das können wir uns ja angucken, wenn wir mehr über Drake & Josh sprechen. Und dann gibt's noch mal einen Clip mit Ariana Grande, aber da ist sie, glaube ich, weder noch junger, noch älter. Ich weiß es gar nicht. Und da spricht sie halt irgendwie darüber, dass sie so nass ist und darauf wartet, dass jemand einen Ozean irgendwie auf sie kippt. Und dann erklärt sie, dass der Witz ja witzig sei, weil wenn sie doch nass ist, dann bräuchte sie nicht noch mehr Flüssigkeit. Ich verstehe gar nicht. Und sie sagt wahrscheinlich einem wet, ne? Wet, genau. Wenn ich die Sachen übersetze, kommt das eigentlich gar nicht so krass rüber. Und wet ist halt feucht. Ich bin feucht. Oh, und dann schiebt die sich irgendwann auch einen Fuß in den Mund die ganze Zeit und knabbert da drauf. Wie kommt das noch? Ja, das kommt gleich. Jetzt klar, auch wieder die Kartoffel. Und guckt dann halt vor allem, das finde ich ja auch das Schlimme, sie nimmt ihren Fuß in den Hand und guckt dabei in die Kamera. Ja. Und auch bei der Kartoffel macht sie zwischendurch auch so den Mund anzüglich auf und so. Das ist ganz schlimm. Wirklich, das mit Ariana Grande ist wirklich das Offensichtlichste. Bei allem könnte man irgendwie noch sagen, ja, okay, aber bei diesen Clips von Ariana Grande denke ich mir nur so, oh mein Gott, das ist pornografisch. Ohne, ja, oh Gott. Irgendwie merke ich gerade, dass ich mir das nie so richtig angeguckt habe. Und das arme Mädchen weiß halt auch einfach nicht, was mit ihr passiert, was sie da macht. Und das mit der Kartoffel hat die zweimal gemacht. Einmal auf dem Bett und einmal so, wo sie versucht, den Juice rauszubekommen. Und dann sagt die das in so einer lastiven, oh Gott, das ist so schlimm. Oh Gott, ist das schlimm. Oh Maria. Ja. Ja, hast du auch die Kampffschot-Szene von Zoe 101 drin? Wir sehen da eine Szene von Zoe 101, wie, ähm, Alexa, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber wo Alexa ihr so irgendwas gibt. Genau, das soll sie mal probieren. Irgendwas, die überregend. Genau, die soll versuchen, das halt aufzumachen. Und Alexa versucht, das halt mit ihrem Mund aufzumachen. Genau. Und sagt, warte, ich muss da noch, ich muss da noch dran ziehen, und dann spritzt sie auf einmal so auf einen Rucksack. Genau. Und dann machen die noch eins auf und auf einmal spritzt sie ihr eine grüne Flüssigkeit ins Gesicht. Genau. Und Alexa sagt im Nachhinein, das und auch in der Doku, dass der, ähm, dass der, der Videomensch oder der Regisseur oder vielleicht war es sogar Daniel Steiner meinte, ah, the cum shot, we got it. Ja, hat gesagt, the cum shot. Da ist der cum shot, den haben wir. Und sie hat das damals nicht verstanden und im, also Rückblick und als sie erwachsen worden ist, ist sie das irgendwann wieder so, wie so ein Geistesblitz gekommen war, so ach du Scheiße. Und das macht man mit, genau, und dann wird nur auf Zoe's Gesicht gezeigt und wie glibber Masse runterläuft. Und klar, es könnte total harmlos sein, aber wenn man bedenkt, wie Dan Schneider drauf ist, nee, aber auch wenn Leute jetzt sagen würden, es gibt einen Kontext, den dürfen wir nicht ignorieren und das ist ein alter Typ, der pervers ist und der es richtig lustig findet, Kinder in einen pornografischen Kontext zu packen. Und wenn das, und wenn das Content ist, also wenn diese ganzen Shows wirklich von Kindern nur kreiert worden wären, wären diese Art von Witz aber nicht da. Ja. Das findet keiner witzig. Also vor allem Mädchen nicht, Jungs vielleicht, die gerade ihren Penis entdeckt haben und Sachen anspritzen können, aber Mädchen finden das nicht witzig. Ja, 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 ja. Ja. Und da machen die, ja, es ist wirklich, es ist so gruselig. Oh Mann, wir werden hier ganz viele Clips, ich möchte das nicht sehen. Ich möchte, nee, das reicht jetzt, ne? Das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Ja, auf alle Fälle ist das absolut abartig. Ja. Und ich vermute fast schon, wenn man bedenkt, in den nächsten Folgen, wenn wir darüber reden, wie viele Pädophile auch am Set waren, dass Dan Schneider, ich meine, es wird ja auch spekuliert, dass er ja auch Amanda Bynes vergewaltigt hat, sie geschwängert hat, als sie 13 war. Ich glaube, dass er ganz bewusst Content für Pädophile geschaffen hat. Das werfe ich jetzt so in den Raum. Dan Schneider kann uns eh nichts anhaben. Ja, also auch wenn er quasi nicht daran gedacht hat, das zu tun, hatte er es aber halt getan. Ja, er hat es, genau. Hat er doch. Ja. Ja. Schrecklich. Das ist so gruselig. Ich meine, man kennt das doch auch von diesen Disney-Filmen, dass irgendwie immer verbotene, perverse hier Botschaften und so gefunden werden. Wobei, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das in irgendeiner Form stimmt. Nein, doch. Bei Schreck zum Beispiel gibt es einen Clip von dieser Katze. Der hat irgendwie eine Decke drauf und er guckt fernsehen und man merkt, dass er angeturnt wird von dem, was er im Fernsehen sieht. Zum Beispiel. Oder was gab es noch? Ich glaube, bei Aladdin gab es auch irgendwas. Es gibt immer so versteckte kleine Botschaften, die man im Nachhinein irgendwie rausgräbt. Genau. Ich kann das jetzt nicht aus dem Gedächtnis irgendwie. Das könnten wir halt ein eigenes Video machen. Aber ich frage mich echt so, was geht da ab? Also ist das wirklich für die lustig? Oder? Das ist voll weird. Ich habe das immer so interpretiert, dass das so eine Art Easter Egg sein soll. Quasi, wenn Erwachsene diese Sachen noch mal gucken, dass sie es dann witzig finden. Meinst du, Dan könnte sowas damit gemeint haben? Was aber denn noch irgendwie... Nee, Dans Ziel war es, sich selber zum Lachen zu bringen. Und er wollte das eher... Genau, und hat sowas halt dann kreiert, damit er halt drüber lachen kann. Kinder sexualisiert. Genau, richtig. Dass man Kinder perverse pornografische Dinge machen und die checken es nicht. Das ist halt der Witz. Und die Kinder checken es auch nicht. Ich meine, es ist ja schon witzig, wenn irgendwie, man hat Kinder und die hören einen selber fluchen und die wiederholen das Wort dann. Ja. Es ist wirklich witzig. Aber man kann dann halt, man muss dann halt lachen, aber man bringt den Kindern bei, ey, ne, nicht sagen, was auch immer. Okay. Und das führt da halt quasi weiter. Alter Absurdo. Das ist so der Witz, der dann viel zu weit ging. Das macht man einfach nicht. Ich finde das auch nicht witzig. Nein. Ich habe auch ehrlich gesagt diese ganzen Shows nicht geguckt. Ich habe Nett geguckt. Zoe 101 habe ich ein bisschen geguckt, aber... Wie doof. Doch, ich habe das alles geguckt. Das war die Zeit, wo ich das alles geguckt habe. Mir ist das nie... Ich habe nie irgendwas dabei gedacht. Nee, nichts. Nee. Und das ist wirklich absurd. Das war es dann. Weißt du, dann überlegst du dir, ey, Erwachsene gucken das mit ihren Kindern oder alleine, warum auch immer und dann sehen die sowas und du weißt auch nicht, was da mitgemacht wird mit diesen Inhalten. Oh Gott. Ich habe ja auch, oh Gott, Zoe 101 Kampfshot gesucht. Die Sachen, die mir bei Google angezeigt wurden, da war ich so, oh fuck, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte einfach nur dieses Bild von ihr haben mit diesem Glibber. Aber waren das diese Videos von so iPads, wo da so drauf gewichst wird. Und ihr Kopf genommen wird und so. Ja, die nennt man, das nennt man Tributes. Das machen dann Männer, wenn sie eine Frau sehr wertschätzen. Wenn sie eine Frau ganz lieb haben, dann wird auf ein iPad gewichst. Und die war halt ein Kind. Ja. Okay, wir hören jetzt mal auf, weil ich habe kein Problem mehr darüber zu reden. Und vor allem, es wird immer auch düsterer, Leute, wenn wir über Drake Bell und Amanda Bynes sprechen, es wird immer noch düsterer. Also wir werden nicht nur das wieder aufnehmen, was in der Doku erwähnt wurde, sondern halt auch noch mehr. Klar. Haben wir jetzt ja auch eh noch mal gemacht, Reaktionen. Und halt auch andere Dinge, die wir von früher noch wissen, wie halt zum Beispiel Amanda Bynes Ausraster auf Twitter, wo sie viele Sachen Dan Schneider vorgeworfen hat. Ja. Und die war halt auch und machen auf jeden Fall nochmal ein eigenes Deep Dive dazu. Mal gucken, was nächste Woche drankommt. Vielleicht machen wir direkt Amanda Bynes. Ihr könnt uns gerne in den Kommentaren schreiben, was euch vielleicht aufgefallen ist. Genau, was euch aufgefallen ist, wie ihr das Ganze gesehen habt früher, wie ihr jetzt im Nachhinein die Sache seht. Sind diese Sendungen für euch jetzt ruiniert? Würdet ihr euch diese Sendung euren eigenen Kindern zeigen? Man muss echt drauf aufpassen, was deine Kinder konsumieren. Ja. Wow. Ich hab da auch echt gesagt auch nicht drüber nachgedacht. Naja. Wir machen heute Feierabend für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter okchowpodcast. Für mehr Deep Dive-Ideen könnt ihr uns immer anschreiben. hinterlasst uns eine gute Bewertung auf Spotify und Co. Ja, bitte, 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 bitte. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao. 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 Und dann geht's.